Mein Leben hat sich seit dem Check im März 2013 komplett verändert. Klar bin ich im Geister und im Kopf noch dasselbe. Aber der Körper ist irgendwie durch einen anderen. Das Körpergefühl ist völlig anders als vorher. Er hat ganz klar meine Frau, meine Familie und meine besten Freunde Kraft gegeben in dieser schwierigen Zeit. Er gibt mir auch jetzt noch Kraft. Grundsätzlich muss ich aber der sein, der mir selber hilft. Da hilft mir sicher der sportliche Hintergrund. Die Mentalstärke, die ich über all die Jahre habe, hat mir angeeignet. Und eben auch positiv zu bleiben, wenn es mal nicht mehr so gut ist. Ich glaube, das ist meine Kraftquelle. Wenn ich eines Tages wieder einmal laufen könnte, meinte ich, dass ich erstens mal überglücklich wäre. Zweitens glaube ich auch, dass ich Sachen mehr schätzen würde oder auch nicht mehr als selbstverständlich nehmen, was man halt in der Vergangenheit gemacht hat. Ich engagiere mich für «Wings for Life», weil ich glaube, dass Querschnittlähmung heilbar werden kann. Und nein, ich glaube nicht nur. Ich bin davon überzeugt, dass das eines Tages der Fall sein wird. Ich weiss allerdings nicht, ob ich das mal noch erlebe. Aber eines Tages wird das sicher möglich sein. Da bin ich überzeugt. Und wenn ich es nicht erleben kann, dann freue ich mich für die, die es irgendwie noch einmal erleben dürfen. Ich bin davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt. Vielen Dank.